Der sagt Wurzeln einfach. Was zockt ihr? Das kann keiner aussprechen. Ob das freut? Das Postwort ist gelbes Pokémon, aber... Pikachu. Achso, Pikachu. Ja, das passt. Und Venture Server? Ach, wollt ihr jetzt bei den Stream-Raiden oder was? Also bei mir lebt es. Wie hast du es geschrieben? Kannst du im TS? Pikachu. B-I-K-C-H-U. Nice. Also bei mir war gerade mal kurz Bild. Yo, ich kann mitspielen. Bei mir ist es ein anderes Server, oder? Scheiße, ich hab blau genommen. Keine Ahnung. Dann knächtet ihn mal weg, den Jungen. Ist aber ein anderer Server. LeFloid ist in rot. Sollen wir gegen ihn, oder mit ihm spielen? Er ist im roten Team, sagt er. Der ist in rot, wir sind blau. Ah, cool. Weißt du was? Wo bist du? Sehe! Was? Ich bin doch in... Start. Achso. Ich höre glaube ich auch. Ich müsste dich doch sehen können, oder nicht? Ja, du bist so in blau. Eigentlich müsstest du nicht sehen können, ne. Dein ist ein Archer. Ah, ne. Ich war schon wieder abgemildet. Kein Wunder, als ich nicht sehen kann. Das ist doch mit blau. Und das wollte ich zu blau gewendet. Ups. Was soll... Was meint ihr denn mit rüber? Ich will nicht mit Le... ...LeFloid spielen. Michi Bugs hast du... ...Geselchen getötet. Ich geh in rot. Was ist... Wer hat wen getötet? Du hast gerade ne Freund getötet. Echt? Ne. Ich bin im Chat... Ja, nice. Ich hab's noch nicht mal mitgekriegt. Schön, weil ich war zum eigenen Team bei dir, ne? Was? Du warst ja nicht im selben Team, du warst... Du warst aber auch früher blau, oder? Echt, hab ich den Team gebildet? Ja, das... Ich hab' vorhin gesehen. Jawoll, ich bin auch von dir. Dann komm's. Los. Los, wechsel zu rot. Ich hau' ihn jetzt um. Echt? Ich hab' ihn umgehauen. Sauber. Autsch. Ich hab' mal versucht zu wechseln. Wieder ein Stieg in... ...zwei Sekunden. Jo. David, Teamkiller. Was kann ich dafür... ...dass mein Schwert zu groß ist? Wieso seh' ich euch nicht? Na, hat er mich doch noch erwischt. Ich spiel' ja für ne Klasse. Okay. Jetzt wird gehuntet. Aber wir müssen los, ich stehe unten schieben, die Karre! Wir müssen in die Karre geschieben. Ja, warte. Wax, bist du jetzt... Dauer von rechts! Wax, bist du hier auf der Karre mal? Irgendwie seh' ich eure... Oaxidio, du Sack! Sorry! Sorry! Das sind viel mehr, sagt der. Es ist grad mal einer mehr. Übrigens, mit F10 kann man selbst... ...mock machen. Wenn man schneller spawnen will, irgendwo wieder. Ich hab' da nicht so... ...schieb' jungs, schieb' jungs! Ich hab'... ...schieb' jungs, schieb' jungs! Ich hab'... Ich hab' ein Schuh dessen... ... er braucht noch. Ja? Boah, ich find' fast tot, ey! Ich auch. Gabel! Echt? Er hat Gabel gesagt. Gabel hat das auch, ne? Gabel hat so bei mir unter die Kommentare geschrieben, dass ich das jetzt ausspielen würde. Das kann durchaus sein, dass der dabei ist. Als Gegner oder als Freund? Ich hab nicht geguckt. Ups. Oh. Das ist voll irritiert. Die stehen in EZ auch noch höher. Ja, deswegen reicht's aus. Oh. 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 Du hast wirklich... Du hast blubstäglich mich ermordet. Ich... Ich hab nur... Aber... Aber richtig. Ich hab... Du gestochen, aber dann bist du von links nach rechts gekommen. Oh, du brauchst irgendwie eine Stich. Reichweite. Das tut mir leid. Das ist voll irritiert, den den 2-3 noch zuhören. Ja, ich auch was war. Okay. Aber ich bin gefreutend. Boah. Alter. Voll der Bogenschütze. Ich wollte schon all... Auf all gegen all. Nee, all gegen all stimmt eigentlich. Ich will einfach nur Erster werden. Ja. 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 Wenn du am Abend hier bist... Ja, ich kann mich nicht in dir... Auf alles. Ja. 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 Alter, ich hab schon wieder blow live. Oh, blaue, oh, oh, oh. Da hab ich ja was gefunden, was? Ja, 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 ja. Ich find's gut, dass die immer so ausgeglichen sind. Oh, das war wohl. Boah, da hat sie mich voll genutzt, ist weggelaufen, hat einen Rundumschlock gemacht und hat mich voll erwischt. Das war ein cooler Move. Ha! Ja, das war schon. Wie kann ich die Kaffe weiterschieben? Ich seh euch immer nicht, ähm... Ja, ich weiß nicht, das ist voll komisch hier irgendwie... Leider vielleicht ausgestattet... Ja, das ist hier rastisch... Ich hab Floyd wieder gekeilt... Welcher, was spielt denn der für einen? Ich weiß gar nicht, so normalen Schwertkämpfer... Der hat sich gerade über Leon ausgerufen... Die üblichen Bekannten... Aber welcher ist Leon? Wir müssen die Karre weiter schieben, Leute... Alter, 4 gegen 1... 3 gegen 1... Lauf von links... Lauf von links, Leute... Oh, shit... Ist das unser... Das muss man uns nicht sehen... Das ist schon durchaus möglich, ne... Wenn Gabel mitspielt, kann er seiner Leon mitspielen... Der hat gerade gesagt im Stream, er hat Angst vor Leon... Boah, Teamkill von John, alter... Ich schieb wieder weiter... Hilfe, Hilfe... Ich weiß überhaupt nicht, wo du bist... Ganz vorne... Boah, von weg... Boah, von weg... Ein Überfliegende Pfeiler... Ich bin jetzt vorne beim Wagen, wo seid ihr? Ja, da wurde ich gerade geköpft... Ich bin jetzt vorne beim Wagen, wo seid ihr? Und da war alles voll weg... Oh, von hinten, die Sack... Das gibt's doch nicht... Wieso kann ich denn seine Scheißschläge nicht blocken? Ich bin jetzt vorne beim Wagen, wo seid ihr? Ja... 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 Das war die Kriege... Schluch rauf... Ja, ich zieh... Oh, da geht's gar nicht weiter... Leute gekämpft! Leute gekämpft! Ich hab grad mit ihnen gekämpft! Ich hab grad mit ihnen gekämpft! Alter! Voll in so'n Raum gehackt! Sechs Minuten haben wir noch! Oh! Oh! Da hat er sich hier noch kein Spaß gemacht! Scheiße! Warte mal, da wollen wir zwei! Das Mädel ist die Bogey! Oh verdammt! So früh geblockt! Oh... Ach! Von hinten! Oh, das war schon wieder! Jetzt auch. Vielleicht hat mich bis jetzt nicht einmal gekannt. Komm da oben. Also zur Zeit sind wir einer weniger. Jo, es geht weiter, es geht weiter. Ich hab's geschafft. Auf den Weg. Wie weit ist'n noch? Oh, fast fertig. Wer ist der Mogi hier in der Mitte? Die Kämpfen gegen den anderen Player. Er hat mich abgestochen, die Sau. Die Deffen da jetzt, im Mittelbereich. Wir müssen alle zusammen sein jetzt. Ja, denke ich auch. Habt ihr Schildkämpfer? Was? Habt ihr Schildkämpfer? Kann ich nehmen, ja. Ja, könnte ich auch nehmen. Das wär ganz gut, damit wir mit Schild vorrufen können. Ich bin jetzt in der Mitte. Ja, da sind zwei Blaue. Ja. Ich warte hier. Hast du das Fox mit dem großen Schild? Jo. Na, vielleicht da. Einen Schild hab ich. Okay, jetzt mit Schild vorrufen. Au. Vorsicht von hinten. Kommt, ähm. Vorsicht von euch. Vorsicht, Andrea. Oh nein. Schieb das Ding weiter, schieb das Ding weiter. Andere Seite. Bin ich dabei. Ist es nicht mehr weiter? Ja, ich hab das verlegt. Ein Stückchen ist es gerollt, also. Bist du gestorben? Ja. Wir müssen da zu dritt vor. Ich zieh dir, du bist vor mir. Bist du los? Ja. Nice. Lass von dir. Du hast nicht mehr lange Zeit. Die letzte Minute. Die letzte Minute. Minute 50. Gut. Komm gleich mal für eine schnelle Stummy. Komm gleich mal für die letzte Minute. Ich hab das nicht mehr Zeit ein Gefühl. Leos! Oh nein. Ich hab das nicht mehr Zeit. Oh nein. Was sagt der Party so runde ist? Scheiße. Die Devinas Tails... ...woa Art eh. Oh Mann! Irgendwie rennen wir immer einzeln rein. Das ist nicht gut. Ich warte unten auf den Tor. Ich seh dich, Bock. Ich seh dich auch. Ja. Das ist jetzt eh zu spät. Jetzt schaffen wir's, ne? Wir müssen jetzt einfach... Zwei sind oben, wir gehen jetzt links unten rein. Weil die zwei da oben sind. Wir müssen uns trennen. Einer links, einer rechts, einer Mitte, ok? Ich geh links. Na rechts. Das sind einfach viele, Mann. Das sind nicht, wo der Rest der Roten ist, ne? Ja. Das ist ja auch nicht. Frag ich mir auf. Hallo, nein! Na, das Schlimme ist, die Kinder zusammen spielen, weil die ja jetzt mindestens fünf Mann sind, ne? Und, äh... Ist doch egal. Ist doch auch zu drücken. Der hatte drin. Ah, das ist schon ok. Wir müssen uns dann besser organisieren. Ja. Böse wieder? Ja. Rot, ja. Okay. Ascot.